Es ist einfach, liebe Zuschauer, ein Träumchen, bei so einem Spiel mit dabei zu sein. In Aktion vom Torwart. Gefahr vorerst gewandt. Und der Pass nach hinten. Er bringt das per Kopf. Das ist der Inbegriff, er trifft. Wäre doch das vielleicht auch das richtige Gegenmittel. Ja, definitiv, wenn die Falle zuschnappt, dann ist alles in Ordnung, aber die hat riesig, ein Supertor. Es ist ohne Sieger. Die Analyse zum Spiel, Hansi Küpper. Ein Unentschieden, mit dem man leben kann, allerdings mit etwas mehr Engagement wäre definitiv mehr drin gewesen.